Hallo liebe Comicfreunde, heute haben wir bei der Medienpräsentation etwas Besonderes für euch und zwar Comics aus der Reihe Mai 1. Comic. Diese Comicreihe von Panini öffnet die Pforten in die große Welt der Comics von mutigen Helden. Diese Helden seht ihr hier auf diesem Cover abgebildet. Als Eltern braucht man sich keine Sorgen über blutrünstige, verstörende Bilder machen, denn die Comics sind guten Gewissens ab 8 Jahren für alle Jungs, wie natürlich auch Mädchen zu empfehlen. Und die Illustrationen der Reihe finde ich sehr ansprechend und detailreich. Besonders toll ist auch, dass die wichtigsten Charaktere eines jeden Comics schon am Anfang eines jeden Buches erklärt werden, sodass man sofort einen Überblick hat, welche Fähigkeiten eine Figur besitzt. Daher ist diese Reihe besonders für diejenigen geeignet, die bisher selten oder noch nie einen Comic gelesen haben. Die Comics lesen sich super schnell, weil es gibt wenig Text, so ungefähr immer zwischen 70 und 100 Seiten und die Comics, die sind sehr spannend geschrieben. Wer noch keinen davon gelesen hat, sollte es unbedingt mal ausprobieren und sich die Welt der Comics eröffnen lassen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Medienpräsentation aus der Stadtbücherei Geisling. Tschüss! 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.